heiter was geht ableitung hier zocker hat eine gute heart stone heute sind x-rays ich habe zwei beziehungsweise drei also ich habe persönlich zwei und dann mein kleiner auch zwei aber zwei davon sind dieselben also drei verschiedene jetzt dann um 1 gedenkstein mein kleiner und dann später nur mein kleiner und dann noch mal später nur ich wenn ihr versteht was hat er hier gemacht ich muss ganz kurz schauen dass wir den hier besiegen können wir das ich glaube noch nicht er lebt noch ja neue expansion ist draußen aber egal heute x-rays ich wünsche euch viel glück ihr seht das video hier erst am abend wenn die vorbei sind mal schauen 18 6 100 mal schauen ob ich einen bekomme abgesehen davon ich nehme den trotzdem gerne mit sind rates umsonst das heißt dp für die medaille sonderbonbons thames sind auch mit dabei die oxys bonbons also ich nehme dich immer gerne mit währenddessen als video für euch hochgeladen vorbereitet nach beliebter nachfrage ein neues hongrex auf puki wie er den super cd verbracht hat und darauf scheine jagd war ja ich hoffe es gefällt euch falls ihr mehr davon sehen wollt unten in die kommentare und ein like ich bin noch nicht sicher über das format ob ich das so behalten soll oder nicht auch direkt allgemein war ein bisschen lang so das reicht oder es müsste gar nicht richtig gerechnet ja das war knapp ihr seht keine karte beim deck wie gesagt ich bin mir noch nicht sicher wegen der reaction weil das video hat 17 minuten gedauert sein wieder elf gedauert plus meine reaction drauf waren dann 17 16 minuten irgendwie sowas also schon ein bisschen lang für ein video und irgendwie so sachen rausschneiden weiß nicht dann fehlt mir was am video dachte ich mir also falls ihr das format weiter sehen wollt dann ja muss ich mal schauen wie ich das mache muss ich mir mehr reactions anschauen und schauen wie dieses zu machen ich sag noch eine runde keine angst ich arbeite immer noch ich habe heute home office habe ich aber auch schon erledigt und dann geht's los so die oxys x-ray los geht's ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020